Das Bubble beschäftigt. Das ist so ein Strauch. Naturhanfsamen habe ich angepflanzt von den Hanfkörnern, die die essen. Da ist kein Dings drin oder wie das heißt. Titsi oder weiß ich nicht, wie das heißt. Nein, das ist normaler Futterhanf. Und da holen die sich die Körner von ab. Das ist auch so ein bisschen Beschäftigung für die. Das ist grad Bubble. Fendi. Und Milo nimmt dann die Körner, die runterfallen. Die Bubble runterschmeißt. Lustig. Da sieht man auch, dass sie was zu tun haben. Die Süßen. Dolpsches. Wo ist denn Milo? Oh, Milo ist er. Joa, erstmal Gefiederpflege. Das ist wichtig. Gut. Gut. Dann lasse ich die mal wieder in Ruhe, die Süßen. Bestimmt fliegen die gleich noch mal raus. Tellen wir ja dann sehen. Vielen Dank.